Mein Name ist Ulrike Zuball. Willkommen zur Zeichensetzung. Die Abenteuer der schönen Schariklia von Heliodor Teil 2, was bisher geschah. Die schöne Schariklia und ihr Geliebter, der Thessalia Theagenes, sind in Ägypten von Räubern gefangen genommen worden. Der Räuberhauptmann Theamis hat sich in Schariklia verliebt, der ebenfalls gefangene Grieche Knämon, den eine Intrige seiner Stiefmutter Demenete und der Sklavin Tisbe ebenfalls nach Ägypten verschlagen hat, hilft den beiden Liebenden. Ein Überfall auf das Lager der Räuber bringt alle in Bedrängnis. Theamis befiehlt Knämon, Schariklia in Sicherheit in eine Höhle zu bringen. Während Theamis seinen Schildträger beauftragte, ein Opfertier zu holen, um vor Kampfbeginn den einheimischen Göttern das Opfer zu bringen, führte Knämon die weinende Schariklia, die sich immer wieder besorgt nach Theagenes umsah, auftragsgemäß in die Höhle. Diese gehörte nicht zu den häufig vorkommenden, von der Natur geschaffenen Gebilden, wie sie sich öfter unterirdisch oder an der Oberfläche öffnen, sondern war künstlich in Nachahmung der Natur von den ägyptischen Göttern angelegt, die eigenhändig mit großem Geschick den Hohlraum geschaffen hatten, um darin ihre Beute sicher unterzubringen. Sie sah etwa so aus. Den Eingang bildete ein enger, dunkler Gang, der unter der Tür eines versteckten Raumes lag. Die Schwelle war zugleich eine zweite Tür, die es ermöglichte, nach unten zu gelangen. Sie ließ sich leicht heben und senken. Man kam dann in einen Raum, der in unregelmäßig gewundene Gänge überging. Das waren die Wege ins Höhleninnere, die bald gesondert für sich verliefen, mit beabsichtigtem Umweg bald ineinander übergingen und sich wie die Wurzeln eines Baumes verwickelten, um schließlich ganz im Grund in eine große Halle einzumünden. Diese wurde von dem Tageslicht, das durch einen schachtartigen Spalt in einer Anhöhe am See einfiel, schwach erleuchtet. Als Knemon Schareglia hier heruntergebracht und an der Hand bis ans Ende der Höhle geleitet hatte, sprach er ihr Mut zu und versicherte ihr, er werde mit Theagenes gegen Abend zurückkommen. Auf keinen Fall, fügte er hinzu, werde er zulassen, dass er in den Kampf hineingerate, sondern dafür sorgen, dass er ihm ausweichen könne. Dann ließ er sie allein und ging durch die Höhle zurück. Keines Wortes mächtig, wie tödlich getroffen von dem neuen Schicksalsschlag und als ob sie mit Theagenes auch ihr Leben verloren hätte, blieb Schareglia zurück, kaum fähig zu atmen oder ein Wort zu sagen. Knemon war unglücklich über sich selbst, dass er den harten Befehl hatte ausführen müssen, vor allem aber über das Los des schönen Mädchens, das er sozusagen lebendig begraben hatte. Eine in lichter Schönheit strahlendes Wesen, wie Schareglia musste er der Nacht und Finsternis überlassen. Er schloss die Türe hinter sich und lief zu Tiamis. Dieser hatte, brennend vor Kampfeslust, wie Theagenes, eben seinen schönsten Waffenschmuck angelegt und feuerte seine versammelten Leute zur Tapferkeit an. Mitten unter ihnen stehen, sprach er, Ich brauche nicht viel Worte zu machen, Kameraden, der Krieg ist euer Leben. Lange Ermutigung habt ihr nicht nötig, auch keine Ermahnung. Euer Leben ist Kampf. Zudem verbietet der überraschende Überfall des Gegners jedes unnötige Wort. Der Feind ist schon in unserem Haus. Sich nicht eben so entschlossen, so rasch es geht, zur Abwehr ihm entgegenwerfen, hieße unsere Pflicht vergessen. Ihr wisst, für unsere einen geht es nicht um Frauen und Kinder, was vielen schon allein genügt, um sie zum Kampf zu begeistern. Das und auch der Gewinn, den ein Sieg verspricht, hat für uns wenig Bedeutung. Für uns geht es um das nackte Leben. Beim Kampf zwischen Räubern gibt es weder Verhandlungen noch Frieden, sondern entweder Sieg und Leben oder Niederlage und Tod. Nehmt also alle Kraft und allen Mut zusammen gegen unsere gefährlichsten Feinde. Nach diesen Worten sah er sich nach seinem Schildträger um und rief wiederholt seinen Namen, Termutis. Als er nicht zu finden war, stieß er wilde Drohungen aus und lief zu seinem Boot. Der Kampf war bereits in vollem Gange. Schon von Weitem sah man, wie die weit draußen an den Zugängen zum See wohnenden Räuber überwältigt waren. Die Angreifer hatten schon die Boote und Hütten der geflüchteten oder gefallenen Bewohner angezündet. Das Feuer war unter dem Wind auf den nahen Sumpf übergesprungen und fraß sich in dem dichten Rohr die Kicht weiter. Ein unbeschreibliches Flammenmeer, das mit grellem Schein die Augen blendete und mit seinem Geprassel die Ohren betäubte, wogte heran. Man sah und hörte Kampf in jeder Form. Die Überfallenen wehrten sich mit großer Tapferkeit und Kraft, aber die zahlenmäßige Überlegenheit und die Plötzlichkeit des Angriffs gaben den Feinden das Übergewicht. Sie machten die einen schon auf dem Festland nieder, die anderen warften sie mit ihren Fahrzeugen und Hütten in den See. Von all dem erhob sich wilder Lärm, von den Treffenden wie von den Getroffenen. Der See färbte sich rot von Blut. Die Kämpfenden waren von Wasser und Feuer völlig eingeschlossen. Bei diesem Anblick und Lärmen fiel Thiamis der Traum ein, in welchem er Isis gesehen hatte und ihren Tempel voller Fackeln und Opfern. In dem, was sich jetzt abspielte, schien ihm dieser Traum, dem er nun die entgegengesetzte Deutung gab, sich zu erfüllen. Er besaß Chariklia und würde sie doch nicht besitzen. Der Kampf hatte sie ihm genommen. Er würde sie töten, ohne zu verwunden. Mit dem Schwert nicht im Liebeskampf. Er verwünschte den Betrug der Göttin. Der Gedanke, Chariklia könne einem anderen in die Hände fallen, war ihm unerträglich. Er befahl seinen Leuten, den Kampf mehr Hinhalten zu führen. Von der Insel aus müssten sie ringsum aus dem Hinterhalt kämpfen und aus dem umliegenden Sumpfland heimliche Vorstöße unternehmen und froh sein, wenn sie sich so der Überzahl der Feinde erwehren konnten. Dann eilte er unter dem Vorwande, Thermotis zu suchen und zu seinen Herdgöttern beten zu wollen, allein wie wahnsinnig nach seiner Wohnung zurück. Keiner durfte ihm folgen. So sind die Barbaren. Was sie sich einmal in den Kopf gesetzt haben, davon lassen sie sich nicht so leicht wieder abbringen. Halten sie sich für verloren, so bringen sie vorher alle um, an denen sie hängen. Sei es in der Vorstellung, sich mit ihnen nach dem Tode wieder zu vereinigen, sei es in der Absicht, sie nicht der Willkür und dem Übermut ihrer Feinde zu überlassen. Er vergaß also alle seine Pflichten, und dass er im Netz der Gegner eingeschlossen war und stürzte, besessen von Liebe, Eifersucht und Wut, so schnell er konnte, zur Höhle hin und sprang, laute Verwünschungen in ägyptischer Sprache ausstoßend, hinein. Im dunklen Gang traf er auf eine Frau, die griechisch sprach. Er ging der Stimme nach, bekam die Frau mit der linken am Kopf zu fassen und bohrte ihr mit der rechten das Schwert in die Brust. Als sie unglücklich am Boden lag, stieß sie einen letzten erschütternden Todesschrei aus. Tiamis lief zurück, verschloss die Eingangstür und streute etwas Erde darauf. Mein Hochzeitsgeschenk für dich, stöhnte er, während ihm die Tränen ins Auge traten. Zu den Booten zurückgekehrt fand er seine Leute, die Angreifer waren schon ganz nahe, mit der Flucht beschäftigt. Ach, Tiamis war mit dem Opfertier zu stellen. Er schallt hinaus und bemerkte, er selbst habe bereits das schönste Opfertier gebracht. Dann sprang er mit Thermotes und einem Dritten, der die Ruder führen sollte, ins Boot. Mehr Leute fassen diese Fahrzeuge nicht, die aus einem ziemlich roh, ausgehöhlten, starken Baumstamm bestehen. Auch Tiamis fuhr in einem zweiten Kahn, zusammen mit Gnemon los und so nach und nach alle anderen. Als sie sich ein Stück von der Insel entfernt hatten und mehr an ihr entlang als von ihr weg fuhren, zogen sie die Ruder ein und brachten die Boote in Erwartung der Gegner in Kampfordnung. Aber schon, dass sie jetzt so nahe am Feind waren und das Klatschen seiner Ruder hörten, nahm ihnen den Mut. Ihn Sehen und Kehrtmachen war bei allen anderen eins. Einige hatten sich schon zur Flucht gewandt, als sie das Kampfgeschrei hörten. Auch Theagenes und Kniemen mussten, wenn auch nicht aus Feigheit, sich zurückziehen. Tiamis allein warf sich den Feinden entgegen, wahrscheinlich, weil er sich schämte zu fliehen, vielleicht auch, weil er Chariklia nicht überleben wollte. Schon war es zum Nahkampf gekommen, als einer rief aufgepasst, das ist Tiamis. Sie schlossen mit den Fahrzeugen einen Kreis um ihn, während er sich verteidigte und einige mit dem Speer verwundete, andere tötete, richtete erstaunlicherweise keiner mit Hieb und Stoß der Waffe gegen ihn. Jeder versuchte vielmehr, ihn lebend gefangen zu nehmen. Er setzte sich eine Zeit lang verbissen zur Wehr, bis mehrere Gegner gleichzeitig auf ihn eindrangen und ihm den Speer entrissen. Zugleich verlor er seinen Schildträger, der hervorragend an seiner Seite gekämpft hatte, bis er, wie es schien, schwer verwundet sich ins Wasser stürzte. Angesichts des aussichtslosen Kampfes tauchte er unter. Erst als er sich als guter Schwimmer aus der Wurfweite gebracht hatte, tauchte er wieder auf und schwamm mühsam nach dem Ufersumpf, ohne dass sich jemand um seine Verfolgung gekümmert hätte. Denn die Gefangennahme des Tiamis bedeutete ihnen schon den vollen Sieg. Trotz starker Verluste freute es sie mehr, den einen Mann, der so viele ihrer Leute getötet hatte, lebend in ihrer Gewalt zu haben, als sie der Verlust ihrer Kameraden schmerzte. Denn Räuber lieben Geld und Kot mehr als das Leben. Und Freundschaft und Verwandtschaft richtet sich bei ihnen nur nach dem Vorteil. Auch diese waren vom gleichen Schlag. Es waren dieselben, die am Tage zuvor an der Herakles-Mündung des Nils vor Tiamis und seinen Leuten die Flucht ergriffen hatten. Wütend über den Verlust der Beute, als hätte man ihnen ihr Eigentum fortgenommen, hatten sie ihre zu Hause gebliebenen Kameraden zusammengerufen und außerdem die umliegenden Dörfer aufgeboten, mit Aussicht auf gleichen Anteil an der zu erwartenden Beute und ihrer Spitze den Überfall unternommen. Sie hatten auch einen besonderen Grund, Tiamis lebend gefangen zu nehmen. Er hatte einen Bruder in Memphis, Petusiris, der ihn, als der Jüngere, widerrechtlich und hinterlistig um das Priesteramt gebracht hatte. Als er erfuhr, dass sein älterer Bruder eine Räuberbande entführe, hatte er Angst, bei der ersten Gelegenheit werde er kommen, um sein Recht zu holen oder auch mit der Zeit möchte sein Ränkespiel entdeckt werden. Außerdem war ihm zu Ohren gekommen, die Bevölkerung habe ihn im Verdacht, Tiamis, der nirgends zu sehen war, beseitigt zu haben. Aus allen diesen Gründen versprach er durch Mittelsmänner in den Räuberdörfern denen, die ihm seinen Bruder lebend brächten, viel Geld und Vieh. Mit diesem Versprechen waren die Briganten gewonnen worden und sie vergaßen die lockende Belohnung auch in der Hitze des Gefechtes nicht. Sie nahmen ihn, sobald ihn einer erkannt hatte, trotz Verlust vieler eigener Leute, gefangen. Sie brachten ihn gefesselt ans Land und bestimmten die Hälfte ihrer Leute durch das Los zu seiner Bewachung. Er beklagte sich bitter über ihre vermeintliche Milde, da er die Gefangenschaft schwerer zu ertragen fand als den Tod. Die übrigen kehrten nach der Insel zurück, wo sie die gehofften Werte und Beutegegenstände zu finden hofften. Obwohl sie die ganze Insel durchstreiften und nichts undurchsucht ließen, fanden sie außer dem Wenigen, was nicht in dem unterirdischen Versteckt verborgen war, nichts von den zu erwartenden Schätzen. Sie setzten daraufhin die Hütten in Brand und zogen sich zu den ihrigen zurück, weil die Nacht schon hereinbrach und ein längeres Verweilen auf der Insel gefährlich schien, mussten sie doch einen Überfall der entkommenen Gegner befürchten. Die Insel war ein einziges Flammenmeer. Theagenes und Knemon merkten nichts von der Katastrophe. Solange die Sonne am Himmel stand, überstrahlte sie den Feuerschein. Erst als sie unterging und die Nacht hereinbrach, loderte das Feuer hell auf und warf weithin sichtbar seinen Schein. Im Vertrauen auf den Schutz der Dunkelheit spähten die beiden aus dem Sumpf fröhricht hervor und sahen die Insel taghell beleuchtet. Theagenes schlug die Hände vor das Gesicht und zerwühlte sein Haar. »Ich will nicht mehr leben,« schrie er, »alles ist aus, alles dahin, Furcht und Gefahr, Hoffnung, Sorge und Liebe. Chariklia ist verloren und damit Theagenes. Ich, Unglücklicher, es war auch umsonst, dass ich mich feige und unmännlich versteckte, um mich dir, Liebste, zu erhalten. Ich will nicht mehr leben, wenn du tot bist. Und was das Schwerste ist, nicht eines natürlichen Todes bist du gestorben, nicht in meinen Armen, wie du es wohl gewünscht hättest, sondern in den Flammen umgekommen. Ein Gott hat dir dieses Feuer statt der Hochzeitsfackel angezündet. Deine strahlende Schönheit ist vernichtet, selbst der letzte Rest des entseelten Körpers. Oh, Grausamkeit, oh, unsagbarer Neid des Schicksals. Nicht die letzte Umarmung blieb mir, nicht der letzte seelenlose Kuss. Bei diesen Worten betrachtete er sein Schwert. Knemon rieß es ihm schnell aus der Hand. Was soll das, Theagenes, rief er, weshalb Tränen von einer Lebenden. Habe doch Mut, Chariklia lebt und ist gerettet. Das kannst du Toren und Kindern erzählen, Knemon. Du machst mich erst ganz unglücklich, nimmst du mir die erlösende Wohltat des Todes. Da schwor Knemon und erzählte ihm alles. Vom Befehl des Tiamis, von der Höhle, wie er Chariklia dahin gebracht habe. Er beschrieb ihre Anlage und zahllosen Windungen, dank denen nicht zu befürchten sei, dass das Feuer bis in die Tiefe hätte dringen können. Theagenes atmete auf. Er wollte gleich zu der Insel hinüber. Im Geiste sah er schon die Geliebte und machte die Höhle zum Brautgemach. Er ahnte nicht, welch trauriges Erlebnis ihn dort erwartete. Sie fuhren also schleunigst hinüber. Sie ruderten selbst, da ihr Bootsmann sich gleich beim ersten Kampfgeschrei wie ein Läufer auf das Startzeichen auf und davon gemacht hat. Sie wichen bald nach der einen, bald nach der anderen Richtung vom geraden Kurs ab, weil sie ungeübt im Rudern nicht Takt hielten und ihnen überdies der Wind entgegenstand. Doch der gute Wille glich den Mangel an Geschicklichkeit aus. Mit viel Mühe und Schweiß erreichten sie schließlich die Insel und rannten, so schnell sie konnten, zu den Behausungen. Sie fanden sie niedergebrannt und konnten nur noch den Platz, an dem sie gestanden hatten, feststellen. Der Stein an der Eingang zur Höhle aber war zu erkennen. Der Wind hatte gerade auf die Hütten zugeweht und die leichten, geflochtenen Rohrwände durch seine Gewalt rasch in Brand gesteckt. Der Platz an ihrer Stelle war schon fast eingeebnet. Als das Feuer bald erloschen und in Asche zusammengesunken war, hatte der gleiche Wind die Glut größtenteils fortgeweht und den Rest so weit abgekühlt, dass man ihn betreten konnte. Sie lasen einige halb verbrannte Fackeln auf und zündeten Schilfreste an. Dann öffneten sie den Eingang zur Höhle und liefen hinunter, voran Knemon. Kaum waren sie ein Stück vorwärts gekommen, da schrie er plötzlich auf. »Zeus, was ist das? Alles ist verloren. Schareklia ist ermordet!« Er ließ die Fackel zu Boden fallen, sehr losch. Er schlug die Hände vor das Gesicht, Niete nieder und brach in Tränen aus. Theagenes fiel über den Leichnam hin, als habe er einen Stoß erhalten und hielt ihn lange mit seinen Armen eng umschlungen. Knemon, der ihn ganz in Schmerz und Verzweiflung sah, fürchtete, er möchte sich ein Leid antun. Deshalb zog er ihm heimlich das Schwert aus der Scheide, die an seiner Hüfte hing. Dann ließ er ihn allein und lief zurück, um die Fackel wieder anzuzünden. Indessen überließ sich Theagenes seinem Schmerz in lautem Klagen. Oh, unerträgliches Schicksal, rief er, das ist die Hand eines Gottes. Welche unersättliche Rinnje berauscht sich an unserem Jammer, trieb uns aus der Heimat, ließ uns die Schrecken des Meeres erleiden, in die Hände der Piraten und abermals in die Gewalt von Räubern fallen und nahm uns Hab und Gut. Bei alledem war nur eines geblieben und dies Einzige habe ich jetzt auch noch verloren. Chariklia ist tot, ermordet von Feindeshand, gegen die sie ihre Unschuld verteidigte, um sie mir zu erhalten. Nun liegt sie hier, die Unglückliche. Nichts hat sie von ihrer jungen Schönheit gehabt und nichts mir davon gegeben. Sprich noch einmal mit mir, du Süße, wie so oft. Äußere einen letzten Wunsch, wenn du noch einen Hauch von Leben in dir hast. Wehe, du schweigst. Dein Mund ist verstummt, der einmal begeistert Götterworte kündete und das Dunkel des Abgrunds hält dich fest, die einstmals dem Tempel Licht gab. Deine Augenglanz ist erloschen, ihre Schönheit, die alle bande, die dem Mörder gewiss nicht sah. Du, wie nenne ich dich? Meine Braut, dich, die Unvermählte, meine Gattin, dich, die Unberührte. Wie soll ich dich nennen? Welchen Namen habe ich noch? Den schönsten. Chariklia, sei unbesorgt, Chariklia, dein Geliebter bleibt dir treu, bald hast du ihn wieder. Ich schenke dir mein Leben, ich opfere dir mein Blut, das dir teuer war. Diese Höhle wird unser beider Grab sein. So werden wir, was uns das Schicksal im Leben versagte, wenigstens im Tod vereint sein. Er griff nach dem Schwert. Als er es nicht fand, rief er, du machst mich unglücklich, Gnemon, und tust auch Chariklia leid an, der du ihr jetzt zum zweiten Mal die Gemeinschaft mit dem Geliebten genommen hast. In diesem Augenblick drang aus der Tiefe der Höhle eine Stimme. Theagenes, Theagenes. Er antwortete, ohne zu erschrecken, ich komme, geliebte Seele, sicher irrst du noch auf Erden umher und willst den schönen Körper, von dem du gewaltsam getrennt wurdest, nicht verlassen. Vielleicht auch wollen dich die Schatten der Unterwelt nicht aufnehmen, weil du nicht bestattet bist. Inzwischen war Gnemon mit brennenden Fackeln zurückgekehrt. Wieder ließ sich die gleiche Stimme von ihm und rief, Theagenes. Götter, rief Gnemon, ist das nicht Schariklias Stimme? Ich glaube, sie lebt, Theagenes. Die Stimme kommt hinten aus der Höhle von dort, wo ich Schariklia verlassen habe. Willst du nicht aufhören, mich immer wieder zu narren, entgegnete Theagenes? Gut, erwiderte Gnemon, ich narre dich und narre mich selbst, wenn sich herausstellt, dass die Tote hier zu unseren Füßen Schariklia ist. Mit diesen Worten drehte er den Leichnam um, das Gesicht zu sehen und stieß einen Schrei aus. Götter, was ist das? Ein Wunder? Dies ist Tispe. Er taumelte zurück. Er zitterte am ganzen Körper und fand keine Worte. Theagenes hatte sich wieder gefasst und neue Hoffnung schöpfend weckte er Gnemon aus seiner Erstarrung und drang ihn in, er möge ihn rasch zu Schariklia führen. Gleich kam auch Gnemon wieder zu sich und warf noch einmal einen Blick auf die Tote. Es war tatsächlich Tispe. Auch erkannte er ein neben ihr liegendes Schwert an dem Knauf als das Eigentum des Tiamis, der es in Hast und Verwirrung bei der Ermordeten zurückgelassen hatte. Weiter nahm er eine Wachstafel, die sich an ihrem Brustausschnitt etwas verschoben hatte, an sich und versuchte, die Schrift zu entziffern. Aber Theagenes ließ ihn nicht zum Lesen kommen. Erst wollen wir meine Liebste holen, drängte er, falls nicht auch jetzt noch ein Dämon uns zum Besten hält. Gnemon gab nach. Sie nahmen das Schriftstück und das Schwert mit und eilten zu Schariklia. Mit Händen und Füßen tastete sie sich dem Fackelschein entgegen, stürzte auf Theagenes zu und warf sich ihm an die Brust. Hab ich dich, mein Theagenes, lebst du, Schariklia, riefen sie immer wieder. Sie sanken zu Boden und hielten sich schweigend umschlungen wie ein Leib und wie im Tod vergingen ihnen die Sinne. So wird ja oft über große Freude zum Leid und ein Glück ohne Maß zieht den Schmerz an. So ging es auch den zwei Liebenden, die gegen alle Erwartung Geretteten schwebten in Gefahr, bis Gnemon eine Art Quelle aufscharte und das sich gleich sammelnde Wasser mit den hohlen Händen schöpfte, ihnen das Gesicht benetzte, die Nase einrieb und sie damit wieder zu sich brachte. Als ihnen die Stellung, in der Gnemon sie liegen sah, zu Bewusstsein kam, sie war ganz anders als eben noch beim Wiedersehen, sprangen sie auf. Sie erröteten vor ihm, der Zeuge dieses Bildes gewesen war, namentlich Schariklia und entschuldigten sich. Gnemon lächelte. Ihr verdient nur Lob, scherzte er, um sie in guter Laune zu versetzen. Und dieser Meinung wird jeder sein, der je im Kampf mit der Liebe so reizend unterlegen ist und dem unentrinnbaren Pfeile erlegen ist, ohne seine Besonnenheit zu verlieren. Dagegen fand ich es nicht richtig, Theagenes, und habe mich geradezu geschämt, als ich sah, wie du das fremde Mädchen, das dich gar nichts anging, in die Arme nahmst und um sie unwürdige Tränen vergossest. Und ich versicherte dir doch, deine Liebste sei heil und am Leben. Hör auf, rief Theagenes, mich bei Chariklia anzuschwerzen. Ich weinte doch über der Leiche der anderen nur um sie, weil ich sie mit der Toten verwechselte. Aber das alles hat ja nun zu unserem Glück einer der Götter als Irrtum erwiesen. Da musst du dich schon an deinen Mut erinnern, du topfere Athener, wie du noch vor mir mein Unglück beweintest und vor der Leiche vor einer toten Frau davonliefst, um sie nicht wie eine Göttererscheinung auf der Bühne erkennen zu müssen. Du Held, du topfere artischer Kriegsmann! Sie lachten unter Tränen, aber es war ein kurzes, gezwungenes Lachen. Das Weinen war ihnen angesichts solcher Geschehnisse näher. Die Glückliche, sagte Chariklia nach einer Weile und rieb sich dabei die Wange unter dem Ohr, um die Theagenes geweint hat, wie Gnemon sagt. Wer sie auch sein mag, wenn ihr mich nicht für eifersüchtig haltet, so möchte ich wissen, wer es war, um die mein Theagenes geweint hat. Und wie kam es, dass du sie mit mir verwechseltest? Du wirst staunen, antwortete Theagenes. Gnemon behauptet, es sei Tispe, die athenische Kitarra-Spielerin, die gegen ihn und den Menete intrigierte. Chariklia war in der Tat erstaunt. Wie ist es möglich, Gnemon, dass sie aus Griechenland hierher nach Ägypten, wie durch die Luft geflogen kommt, und dass wir sie nicht vorher bemerkten, als sie in die Höhle hinunter kamen? Das kann ich auch nicht sagen, erwiderte Gnemon. Was ich von ihr weiß, ist folgendes. Als Demenete, nachdem sie in die Falle gegangen war, sich in den Abgrund gestürzt und mein Vater vor der Volksversammlung über den Vorfall berichtet hatte, kam er vorerst straffrei davon. Er bemühte sich dann selbst um die Bewilligung meiner Heimkehr und bereitete seine Abreise vor, um mich heimzuholen. Tispe machte es sich zunutze, dass er beschäftigt war und ließ sich ganz ungeniert zu trinkgeladen engagieren, sich und ihre Kunst. Bei einer solchen Veranstaltung nach stach sie Asinoe, die sich beim Flötenspiel keine Mühe gab, durch ihr flottes Spiel und ihren ansprechenden Gesang zur Gitarre aus. Sie erregte den Neid und die Eifersucht ihrer Gefährtin umso mehr, als ein schwerreicher Kaufmann aus Neukrates namens Neusiklis mit ihr Schöntat. Er stieß Asinoe, mit der er sonst verkehrt hatte von sich, angefiedert von ihren durch das angestrengte Blasen aufgeblähten und in unschöner Weise mit der Nase wetteifernden Backen und ihren heißen hervortretenden Augen. In eifersüchtiger Wut lief sie zu den Angehörigen, Demenetes und verklatschte Tisbe wegen der gemeinen Anschläge gegen ihre Herren, von denen sie sich einen Teil selbst zusammengereimt, den anderen von Tisbe unter dem Siegel der Freundschaft erfahren hatte. Die Verwandten treten also gegen meinen Vater auf, verpflichten für viel Geld die besten Retoren zur Erhebung der Anklage und verbreiten und verbreiten viel Geschrei, Demenete sei ohne Verhör und Beweis einfach beseitigt worden. Der angebliche Ehebruch habe nur zur Verdunklung des Mordes gedient. Sie verlangten, dass man ihnen den Ehebrecher tot oder lebendig zeige oder wenigstens seinen Namen nennen. Schließlich forderten sie die Auslieferung Tisbes zweck peinlichen Verhörs. Mein Vater sagte dies zu, konnte sie aber nicht ausliefern, weil sie in Voraussicht des Kommenden mit dem Kaufmann geflüchtet war, wie sie es verabredet hatten, als das Verfahren eingeleitet wurde. Das erregte Volk erklärte darauf meinen Vater, der alles wahrheitsgetreu vordrug, zwar nicht zum Mörder, aber doch als mitschuldig an dem Anschlag gegen Demenete und an meiner ungerechten Verbannung. Er wurde aus der Stadt gewesen und sein Vermögen eingezogen. Das hatte er nun von seiner zweiten Ehe. Die verruchte Tisbe, die jetzt vor meinen Augen ihre Strafe bekommen hat, verließ zu Schiff Athen. Das ist alles, was ich in Erfahrung bringen konnte. Ich hörte es in Egina von einem gewissen Antiklis. Mit ihm fuhr ich hierher nach Ägypten um Tisbe, in Neukrates aufzuspüren, sie nach Athen zurückzubringen, meinen Vater von jedem Verdacht und jeder Anklage zu reinigen und ihre Bestrafung für die gegen uns alle begangenen Niederträchtigkeiten zu erwirken. Nun teile ich hier euer Schicksal, wie es dazu kam und was ich in der Zwischenzeit noch erlebte, sollt ihr ein andermal hören. Wie und von wem Tisbe in der Höhle umgebracht wurde, wissen die Götter. Wollen wir einmal das Wachstäfelchen ansehen, das wir in ihrem Brust Ausschnitt fanden? Vielleicht, dass wir daraus Näheres erfahren. Die beiden waren einverstanden. So öffnete er die Schreibtafel und las Folgendes. An Knemon, ihren Herrn und Gebieter von seiner Feindin und Rächerin Tisbe. Zuerst gebe ich die gute Nachricht vom Tode Demenetes, den ich deinetwegen veranlasst habe. Wie ich das machte, werde ich dir, wenn du mich aufnimmst, mündlich berichten. So dann teile ich dir mit, dass ich mich schon seit zehn Tagen in Gefangenschaft eines der Räuber auf dieser Insel befinde. Er rühmt sich, der Schildträger des Anführers zu sein, hält mich eingesperrt und lässt mich nicht einmal die Nase aus der Tür strecken. Wie er behauptet aus Liebe, wie ich aber vermute, aus Vorricht, ich könnte ihm weggenommen werden. Aber dank göttlicher Fügung sah ich dich, Herr, vorbeigehen, erkannte dich und schicke dir diesen Brief heimlich durch eine Alte, die mit mir zusammen wohnt und der ich auftrug, in dem schönen Griechen, dem Freunde des Anführers auszuhändigen. Rette mich aus den Händen der Räuber und nimm mich als deine Sklavin zu dir und lass mich am Leben, wenn du willst, denn du sollst wissen, alles, was ich dir scheinbar böses tat, geschah, gezwungen. An deiner Freundin habe ich dich dagegen aus freiem Entschluss geriecht, ist aber dein Groll unversöhnlich, so lass ihn an mir aus, wie du willst, nur möchte ich dir gehören, auch wenn ich sterben muss, denn lieber den Tod durch dich und ein Begräbnis nach griechischer Sitte als ein Leben ärger als der Tod und die Zärtlichkeiten eines Barbaren, die für eine Athenerin unerträglicher sind als sein Hass. So erzählte Tispe in ihrem Brief. Gut, dass du tot bist, Tispe, und uns selbst Nachricht von deinen Erlebnissen gibst, sagte Kneemon. Dein toter Leib hat sie uns noch mitgeteilt. Die Strafen der Erinnie hat dich durch die ganze Welt gejagt und ihre Geißel nicht eher ruhen lassen, bis sie in Ägypten mir, dem Beleidigten, das Schauspiel der vollzogenen Strafe bieten konnte. Was magst du mit diesen Briefe für neue Intrigen beabsichtigt haben, deren Ausführung die Strafen die Gerechtigkeit zuvor kam? Obwohl du tot vor mir liegst, traue ich dir nicht und fürchte sehr, der Tod Deminetes ist nur erdichtet. Man wollte mich mit der Nachricht nur irreführen und du bist übers Meer gefahren, um in Ägypten das Theaterstück von Athen weiter zu spielen. Hör endlich auf, unterbrach Intergenes, dich vor Geistern und Schatten zu fürchten, du Held, du wirst nicht behaupten wollen, sie habe auch mich bezaubernd, der ich in dem Stück keine Rolle spiele. Sie ist wirklich und wahrhaftig tot. Du kannst also beruhigt sein, Knemon. Wer aber mag dir nun wirklich den Gefallen getan haben, sie umzubringen? Wie und wann kam sie hier herunter? Das frage ich mich besorgt. Weiter kann ich es auch nicht erklären, erwiderte Knemon. Nur so viel steht fest, dass Diamis ihr Mörder war. Das Schwert, das wir neben der Toten fanden, beweist es. Ich erkenne es als das Seine an dem Griff aus Elfenbein mit dem Adler. Kannst du uns sagen, fragte Theagenis, wie und weshalb er den Mord beging. Wie soll ich das wissen, sagte Knemon, diese Höhle hat mir nicht die Prophetengabe verliehen, wie angeblich der Tempel von Pytho den Besuchern die Gabe der Weissagung verleiht. Ach, Pytho, ach, Delphi, riefen Theagenis zum Chariklia bekümmert wie aus einem Munde. Knemon war erstaunt. Er konnte nicht ahnen, was ihnen der Name Pytho bedeutete. Während sie so miteinander plauderten, hatte inzwischen Thermotis, der Schildträger des Thiamis, der im Kampf verwundet und an Land geschwommen war, bei Einbruch der Dunkelheit unter den auf dem See umhertreibenden Trümmern ein Fahrzeug gefunden. Er bestieg es und fuhr nach der Insel, um nach Thispe zu sehen. Sie war einige Tage vorher bei dem Überfall auf den Kaufmann Nosyklis, in dessen Begleitung sie war, in einer Gebirgsschlucht in seine Hände gefallen. Als sie in Thiamis während des Tumults bei dem feindlichen Überfall nach dem Opfertier geschickt hatte, brachte er sie, um sie sich zu sichern, aus dem Bereich der Pfeile und Speere heimlich zur Höhle. In der Hast und Verwirrung ließ er sie in der Nähe des Eingangs zurück. Dort war sie aus Angst vor dem Schrecken des Kampfes und in Unkenntnis der Gänge, die ins Innere führten, geblieben und dort war Thiamis auf sie gestoßen und hatte sie statt Schach Reglias erstochen. Termutis glaubte sie außer Gefahr und eilte zu ihr. Nach der Landung auf der Insel konnte er kaum schnell genug zu den Hütten gelangen. Sie lagen alle in Asche. Mit Mühe entdeckte er den steinernen Eingang, er zündete etwas Rohr, das noch schwelte an, lief so schnell er konnte hinunter und rief dabei, so weit reichte sein Griechisch, den Namen Tispe. Weil sie sie tot auf dem Boden liegen sah, stand er eine Zeit lang ratlos da. Nach einer Weile hörte er aus der Tiefe der Höhle das Geräusch von Stimmen. Thiagenes und Knemon sprachen noch miteinander und nahm an, dass es Thispes Mörder seien. Er wusste nicht, was er tun sollte. Räubersinn und Barbarenwut, gesteigert durch den Verlust der Geliebten, reizten ihn, sich auf die vermeintlichen Täter zu stürzen. Doch er hatte keine Waffen, kein Schwert und musste sich zurückhalten, so schwer es ihm wurde. Es hing ihm das Beste, nicht gleich als Feind aufzutreten und erst, wenn er sich in den Besitz seiner Waffe gesetzt hatte, den Gegner anzugreifen. In dieser Absicht traf er auf Thiagenes und seine Begleiter zu. Seine wilden, drohenden Blicke verrieten seine heimlichen Gedanken. Als sie den unbekleideten Mann sahen, der unerwartet vor ihnen auftauchte, voller Wunden, Mord hier im Auge, zog sie Chariklia ohne Zweifel aus Vorsicht, aber mehr noch aus Scham, um dem unanständigen Anblick eines nackten Mannes auszuweichen, weiter ins Innere der Höhle zurück. Auch Knemon wich rückwärts. Er erkannte Termutes, ahnte aber bei seinem unerwarteten Erscheinen nichts Gutes. Nur Tergenes versetzte sein Auftreten weniger in Schrecken als im Zaun. Er zog das Schwert, um bei der ersten verdächtigen Bewegung zuzuschlagen. Bleib stehen, du da, rief er, sonst schlag ich zu. Ich habe es nur nicht getan, weil ich dich zu kennen glaube und noch nicht weiß, was du vorhast. Der Mutes fiel auf die Knie und bat um Gnade, wobei die Umstände mehr mitsprachen als seine Gesinnung. Er suchte sogar Knemons Beistand. Er verdiene, versicherte er, dass man ihn lebend lasse, habe er ihnen doch nichts Böses getan. Gestern noch sei er ihr Kamerad gewesen und betrachte sie auch jetzt noch als Freunde. Knemon ließ sich bewegen. Er hieß ihn, der Theagenes Knie umschlungen hielt, aufstehen und fragte ihn wiederholt, wo Theamis sei. Da berichtete er alles. Wie Theamis mit den Feinden zusammengestoßen war, sich mitten unter sie geworfen und tapfer gekämpft hatte, ohne sie oder sich zu schonen, jeden, der ihm in die Hände kam, getötet hatte und dabei selbst geschützt war durch den Befehl, ihn am Leben zu lassen. Was aus ihm geworden sei, meinte er zum Schluss, könne er nicht sagen. Er selbst sei, um sich zu retten, verwundet an Land geschwommen und nun zur Höhle gekommen, um Tispe zu suchen. Sie fragten ihn, was ihn die Gesuchte angehe und wie er zu Tispe gekommen sei und wieso er sie jetzt suche. Auch darüber gab Thermotes Auskunft. Er erzählte, wie er sie Kaufleuten abgenommen habe, dass er sich wahnsinnig in sie verliebt, sie die ganze Zeit heimlich bei sich gehabt und schließlich beim feindlichen Angriff in die Höhle gebracht habe. Nun finde er sie ermordet, er wisse nicht von wem, möchte es aber wissen und auch das Motiv der Tat kennen. Um nicht selbst in Verdacht zu kommen, erklärte Gnemon lebhaft, Tiamis ist der Mörder. Zum Beweise zeigte er das Schwert, das sie neben dem Opfer gefunden hatten. Als Thermotes es sah, noch triefend von Blut, warm und vollschaudernd vor dem noch frischen Mord und es als Tiamis Eigentum erkannte, stöhnte er aus tiefster Brust. Außerstande die Tat zu begreifen, stumm und niedergeschlagen, ging er zum Eingang der Höhle zurück. Wieder bei der Leiche angelegt, legte er den Kopf auf die Brust der Toten. Tisbe, sagte er immer wieder, sonst nichts, bis das Wort nach und nach verstummte und er in Schlaf fiel. Inzwischen machten sich Theagenes, Chariklia und Knemon Gedanken über ihre Lage. Es schien, als ob sie etwas ins Auge fassen wollten, aber das Übermaß erlittener Qualen, die Aussichtslosigkeit ihrer unglückseligen Lage und die Ungewissheit der Zukunft machten sie verzagt und ratlos. Lange blickten sie einander an, jeder erwartete, der andere werde sprechen. Da nichts erfolgte, blickten sie zu Boden, sahen wieder auf und suchten ihr Herz durch Seufzen zu erleichtern. Schließlich ließ sich Knemon auf den Boden fallen. Theagenes kauerte sich an ein Felsstück und Chariklia sank neben ihm nieder. Lange kämpften sie gegen den Schlaf und Sannen auf einen Ausweg aus ihrer Lage. Endlich überwältigte sie die Erschöpfung nach den Strapazen. Wieder Willen gaben sie dem Gesetz der Natur nach und sanken vor übergroßem Leid in süßen Schlummern. So mussten die Kräfte des Geistes dem erschöpften Körper nachgeben. Sie hatten eben erst so viel Schlaf genossen, dass er gerade ihre Augenlider leicht beruhigt hatte. Da überkam Chariklia ein Traum. Ein Mann mit wüstem Haar, tückischem Blick und blutigen Händen hob das Schwert gegen sie und schlug ihr das rechte Auge aus. Sie schrie auf, rief Diagenes und sagte, man habe ihr das Auge genommen. Er war sofort bei ihr und empfand ihren Schmerz mit, als hätte er den gleichen Traum gehabt. Sie tastete mit der Hand das Gesicht ab und befühlte vorsichtig das Organ, das sie in der Traumvorstellung verloren hatte. Es war nur ein Traum, erklärte sie, nur ein Traum, mein Auge ist da, sei ruhig, Diagenes. Diagenes atmete auf. Welch Glück, dass deine Augen heil sind. Was ist dir geschehen, worüber bist du so erschrocken? Ein gemeiner, frecher Kerl kam mit dem Schwerte auf mich zu, sagte sie, während ich zu deinen Füßen ruhte. Selbst vor dir, dem Starken, hatte er keine Angst. Mir war, als schlüge er mir das rechte Auge aus. Ich wünschte, es wäre so und kein Traum Diagenes. Sie solle sich doch beruhigen, sagte er und fragte, wie sie so etwas wünschen konnte. Weil ich lieber ein Auge verliere, als mir deinetwegen Sorgen mache. Ich fürchte nämlich, der Traum bezieht sich auf dich, bist du doch mein Augapfel, mein Ein und Alles. Knemann, der gleich beim Aufstrei Schariklias erwacht war, hatte alles mit angehört. Mach dir keine Gedanken, meinte er, dein Traum scheint mir etwas ganz anderes zu bedeuten. Sag, leben deine Eltern noch? Sie bejahte. Und wenn sie noch lebten, meinte sie, dann ist dein Vater gestorben. Ich komme darauf, weil wir den Eltern Leben und Licht verdanken. Träume, die das Augenpaar, das Sinneswerkzeug des Lichtes und Organ des Wahrnehmens betreffen, beziehen sich aller Wahrscheinlichkeit noch auf Vater und Mutter. Auch das wäre bitter genug, sagte Charik Claire, aber mir ist lieber, es wäre so als anders und du wärst der rechte Orakel Deuter und nicht ich. Es wird schon so sein, meinte Kniemann, das kannst du mir glauben. Doch wir träumen offenbar wirklich, unterhalten uns über Träume und Hirngespinste und kümmern uns nicht im Mindesten um unsere eigene Lage. Jetzt wo wir es können und der Ägypter dort, er meinte Termutis, nicht dabei ist und seine tote Geliebte zurückbeschwert und um sie jammert. Da ein Gott dich mit uns zusammengeführt und zu unserem Schicksalsgenossen gemacht hat, unterbrach in Theagenes, so mache du zuerst einen Vorschlag. Du kennst das Land hier und die Landessprache. Außerdem hat das Schicksal uns beiden härter mitgespielt und den Blick für das Rad Sahne mehr getrübt. Wer von uns mehr durchgemacht hatte, erwiderte Knemon, nach einer kleinen Pause will ich dahingestellt sein lassen, lieber Theagenes. Jedenfalls hat mich das Schicksal auch nicht schlecht bedacht. Wenn ihr aber von mir als dem Älteren meine Ansicht wissen wollt, nun, ihr seht, diese Insel ist ganz verlassen und niemand auf ihr außer uns. So reichlich Gold, Silber und Kleidung, alles das, was Diames und seine Leute euch und anderen geraubt und in diese Höhle aufgestapelt haben, vorhanden ist, von Brot und anderen Lebensmitteln ist nichts übrig geblieben. Wir laufen also Gefahr, wenn wir hier bleiben, entweder zu verhungern oder durch einen Überfall umzukommen, sei es durch die zurückkehrenden Feinde oder auch die Leute, die auf unserer Seite standen, sobald sie sich gesammelt haben und da sie von dem Schatz wissen, seinetwegen wiederkommen. Dann wäre es besser für uns zu sterben, als, wenn sie sich menschlicher zeigen, ihren Misshandlungen ausgesetzt zu sein. Denn diesem Hirtenvolk ist an sich schon nicht zu trauen. Jetzt aber nach dem Verlust ihres Anführers, der sie zu einer gewissen Disziplin zwang, schon gar nicht. Wir müssen deshalb die Insel verlassen, als flüchteten wir aus einer Falle oder einem Kerker. Vorher müssen wir Thermotes unter dem Vorwand, dass er vielleicht etwas über Giamis ermitteln könne, wegschicken. Wenn wir unter uns sind, werden wir uns leichter verständigen, was Not tut. Überhaupt ist es ratsam, den von Charakter unzuverlässigen und wie alle Räuber unverträglichen und verbrecherischen Menschen loszuwerden. Dazu kommt, dass er uns Dispis wegen in Verdacht hat und schwerlich davon loskommt, wenn er nicht die erste beste Gelegenheit schon wahrnehmen wird, uns einen Streich zu spielen. Sie hießen den Vorschlag gut und beschlossen, ihn auszuführen. Sie kehrten zum Eingang der Höhle zurück, den schon gewahrten sie das erste Tageslicht und weckten den Festschlafenden Termutes. Sie setzten von ihren Absichten ihn, soweit es ihnen geraten schien, in Kenntnis und überredeten den leicht beeinflussbaren Menschen ohne Mühe. Tispes Leiche legten sie in ein Grab, streuten statt Erde etwas Asche von den Wohnstätten darüber, verrichteten so gut es die Umstände erlaubten die üblichen Zeremonien und opferten statt Totengaben Tränen und Klagen. Dann schickten sie wie beschlossen Termutes fort. Als er ein Stück weit gegangen war, kehrte er wieder um und erklärte, er wolle nicht allein gehen und übernehme den gefährlichen Kundschafterdienst nur, wenn Knemann mitkommen. Theagenes sah, wie Knemann bei diesen Worten erblasste. Beim Übersetzen konnte er seine Angst nicht mehr verbergen. Diagenes redete ihm zu. Dapfer bist du nur beim Ratschlagen, aber es fehlt dir an Mut. Das habe ich schon früher bemerkt und sehe es auch jetzt wieder. Nimm dich doch zusammen und zeige etwas mehr Mut. Es muss schon so gemacht werden, damit er nicht irgendwie misstrauisch wird und unsere Fluchtpläne wittert. Du musst ein Stück mit ihm gehen. Was ist dabei schon zu befürchten? Du hast aber ist unbewaffnet. Du machst dich im geeigneten Augenblick heimlich davon und triffst mit uns an einem vereinbarten Platz zusammen. Wenn du in der Nähe ein Dorf weißt, wollen wir uns dorthin verabreden. Gnemon erklärte sich einverstanden und nannte als Treffpunkt Chemis eine wohlhabende, stark bevölkerte Ortschaft, die sich am Nil hinziehe zum Schutze gegen die Hirten Räuber auf der Höhe angelegt. Wenn sie den See überquert hätten, sei es von dort noch knapp 100 Stadien weit. Sie müssten sich genau südwärts halten. Das wird für Chariklia anstrengend werden, antwortete Theagenes, da sie nicht gewohnt ist, weit zu Fuß zu gehen. Aber wir werden schon hinkommen. Wir wollen uns als arme Leute verkleiden, die ihren Unterhalt erbetteln müssen. Ja, bald soll es, meinte Knemann, so sieht ihr gerade aus, namentlich Chariklia mit ihrem eben ausgeschlagenen Auge. Ihr macht mir eher den Eindruck von Leuten, die nicht um ein Stück Brot, sondern um Schwerter und Kessel bitten. Da glitt ein leichtes, gezwungenes Lächeln über ihre Lippen. Sie gaben sich feierlich mit Berufung auf die Götter ihr Wort einander nicht mit Willen im Stich zu lassen und gingen daran, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Bei Sonnenaufgang fuhren Knemon und Thermotes über den See und nahmen ihren Weg durch einen ausgedehnten, wegen seines Unterholzes schwer zu durchdringenden Wald. Thermotes ging voran auf ausdrücklichen Wunsch Knemons, der ihm angeblich wegen seiner besseren Ortskenntnis die Führung überließ. In Wirklichkeit war er mehr auf seine Sicherheit und auf eine Gelegenheit zur Flucht bedacht. Unterwegs stießen sie auf Herden, deren Hirten flohen und sich im Wald die Kicht versteckten. Sie schlachteten einen Leithammel und bräten ihn über einem Feuer, das die Hirten angezündet hatten. Vor Hunger schlangen sie das Schleisch hinunter, ohne abzuwarten, bis es hinreichend durchbraten war. Gleich Wölfen und Hyänen verschlangen sie die vom Tier abgeschnittenen, kaum angebratenen Stücke, wobei ihnen das Blut des halbruhen Fleisches über die Backen lief. Als sich gesättigt waren und noch Milch getrunken hatten, setzten sie ihren Weg fort. Um die Stunde, zu welcher der Bauer die Stiere aus dem Pflug spannt, erstiegen sie an deren Fuß, wie Termutis sagte, das Dorf lag, in dem nach seiner Ansicht Tiamis gefangen gehalten wurde oder vielleicht schon hingerichtet worden war. Da klagte Gnämon er er habe sich mit dem hastigen Genuss des Fleisches und der Milch den Magen verdorben und bat Termutis weiterzugehen. Er werde bald nachkommen. Dasselbe machte er ein zweites Mal und ein drittes Mal und erschien, als sage er die Wahrheit. Dann erklärte er, es falle ihm schwer, ihn einzuholen. Als er den Ägypter daran gewöhnt hatte, blieb er zuletzt ganz zurück und machte sich schließlich so rasch ihn die Beine trugen auf und davon. Durch das Dickicht lief er den Abhang hinunter. Der Mothis hatte inzwischen die Höhe erreicht und ließ sich auf einem Felsen nieder, um die Dunkelheit abzuwarten und nachts im Dorf, wie verabredet, nach Thiamis zu suchen. Nebenher sah er sich nach Gnämon um, ob er nachkomme. Er hatte nichts Gutes vor, denn er hatte ihn immer noch im Verdacht, Thisbe ermordet zu haben. So überlegte er, wie er ihn beseitigen könne, um dann seinen Hass an Theagenis auszulassen. Als Knämon nicht erschien und es schon tief in der Nacht war, überwältigte ihn ein bleierner Schlaf. Es war sein letzter. Der Biss seiner Giftschlange Vielleicht wollten die Meuren es so machte seinem Leben ein zu seinem Charakter passendes Ende. Als Knämon der Mutes verlassen hatte, gönnte er sich auf der Flucht keine Atempause, bis das Dunkel der Nacht seiner Eile Einhalt gebot. Er versteckte sich an Ort und Stelle unter einem Haufen von welchem Laub, fast schlaflos brachte er die Nacht darunter zu. Jedes Geräusch, jeden Windstoß, Blätterraschen hielt er für Thermotes. Überfiel ihn zeitweilig der Schlaf, so glaubte er sich im Traum auf der Flucht und wandte sich wiederholt nach dem Verteidiger um, der gar nicht da war. So sehr er schlafen wollte, verwünschte er das auch, weil die Träume ihm noch schlimmer zusetzten als die Wirklichkeit. Auch verfluchte er die Nacht, die ihm länger vorkam als jede andere. Als zu seiner Freude endlich der Tag anbrach, schnitt er zuerst einmal sein langes Haar ab, auf das er bei den Räuberhürten besonderen Wert gelegt hatte, um räubermäßig auszusehen. Er wollte bei Leuten, die ihm begegneten, nicht etwa Angst oder Verdacht erwecken. Denn die Räuberhürten ziehen sich, um furchtbarer auszusehen, unter anderem das Haar bis auf die Augenbrauen und lassen auf die Schultern herabhängen. Sie wissen wohl, dass langes Haar einem verliebten Menschen besonders gut steht, während es einen Briganten noch fürchterlicher erscheinen lässt. Als Knemon sein Haar so weit gekürzt hatte, als es nötig war, um aus einem Räuber zu einem gut aussehenden Mann zu werden, eilte er nach Chemis, wohin er mit Diagenis verabredet war. Als er an den Nil kam, wollte er schon nach dem Dorf übersetzen, als er einen alten Mann bemerkte, der Strom auf, Strom ab, am Ufer entlang eine Art Dauerlauf machte, als ob er dem Fluss seine Sorgen anvertrauen wollte. Sein Haar war ganz weiß und nach Priestersitte langgewachsen. Ein würdiger, langer Vollbart bedeckte ihm das Kinn, Mantel und übrige Kleidung waren griechisch. Knemon wartete eine Weile, als der Alte immer wieder an ihm vorbeilief und ihn gar nicht zu bemerken schien, ganz in seine Gedanken versunken und nur seinen Betrachtungen hingegeben, trat er ihm in den Weg, grüßte ihn mit einem sei guter Dinge. Das sei ihm unmöglich, entgegnete dieser, sein Schicksal sei nicht dazu angetan. Bist du ein Grieche? fragte Knemon erstaunt. Ich bin kein Grieche, sondern ein Ägypter von hier. Wie kommst du dann zu dieser griechischen Kleidung? Diese schöne Tracht hat mir das Unglück angezogen, erwiderte der Alte. Knemon zeigte sich erstaunt, dass man sich ausgerechnet im Unglück so schön kleiden könne und wollte Näheres darüber wissen. Gleich mit Ilion beginnst du, zitierte der Alte, und bringst einen ganzen Bienenschwarm von Unheil mit wildem Gesungen gegen dich auf. Aber wohin willst du, junger Mann, und woher kommst du? Was tust du als Grieche in Ägypten? Das ist komisch, sagte Knemon. Du erzählst nichts von dir, obwohl ich sich zuerst gefragt habe, wirst aber über mich Bescheid wissen. Also gut, erwiderte der Alte, da du wirklich ein Grieche zu sein scheinst, dem das Schicksal ein anderes Aussehen gegeben hat, und da du nun einmal meine Geschichte hören willst, ich bin selbst darauf aus, sie jemand zu erzählen und hätte sie wie in der Sorge dem Schilf hier erzählt, wenn ich dir nicht begegnet wäre, so wollen wir das Nilufer und den Nil verlassen. In der Mittagshitze ist das kein angenehmer Platz, um lange Geschichten anzuhören. Gehen wir in die Ortschaft drüben auf der anderen Seite, falls du nichts dringenderes vorhast. Ich kann dich nicht bei mir zu Hause aufnehmen, aber im Heim eines ausgezeichneten Mannes, der auch mir schon auf meine Bitte Unterhalt gewährte. Da sollst du wie du willst meine Geschichte hören und mir dann die deine erzählen. Gehen wir, sagte Knemann, mein Weg führt sowieso nach dem Dorfe, wo ich mich mit Freunden verabredet habe. Am Ufer lagen eine Menge Boote, die Leute für Geld übersetzten. Sie bestiegen eines vor nach dem Dorf hinüber und begaben sich zu dem Hause, in dem der Alte wohnte. Der Hausherr war nicht da. Sie wurden aber von seiner erwachsenen Tochter und allen Dienerinnen im Hause freundlich aufgenommen. Man behandelte den Gast offenbar auf Anweisung des Hausherrn wie den eigenen Vater. Eine Dienerin wusch ihm die Füße und reinigte die Unterschenkel vom Straßenstaub, eine andere sorgte für ein bequemes Ruhelager, die dritte holte den Wasserkrug und machte Feuer an, die vierte brachte einen Tisch mit Weißbrot und allem möglichen Obst, wie es die Jahreszeit bot. Mischeinfederchen meinte der überraschte Gnehmann, wir befinden uns im Hause des Zeus des Schirmherrn, der Gastfreundschaft nach der zuvorkommenden und herzlichen Aufnahme zu urteilen. Nicht im Hause des Zeus, erwiderte der Alte, wohl aber im Hause eines Mannes, der es mit Zeus geboten der Gastlichkeit und Hilfsbereitschaft sehr genau nimmt. Führt er doch selbst ein Kaufmanns- und Wanderleben und kennt viele Städte und vieler Menschen Sitten und Gesinnung. Deshalb hat er auch mich unter seinem Dach aufgenommen, als ich vor einigen Tagen ohne festes Ziel umherirrte. Aber warum bist umhergeirrt, Väterchen? Räuber haben mir meine Kinder geraubt. Obwohl ich die Schuldigen kenne, kann ich nichts gegen sie unternehmen. Ich streife in der Umgebung umher und klage über mein Unglück wie ein Vogel, die meine Schlange das Nest vor den Augen zerstört und die Jungen auffrisst, Angst hat, näher zu kommen, aber es auch nicht über sich bringt, wegzufliegen. Sehnsucht und Furcht kämpfen in seiner Brust, jammernd umflattert und belagert er die Städte, umsonst lässt er den Schmerz der Mutterliebe vor Ohren laut werden, die für Mitgefühl taub sind. Willst du mich nicht wissen lassen, wie und wann du so schweres durchgemacht hast? Später, jetzt ist es an der Zeit, den Magen zu befriedigen, den Homer wegen seiner Disputie unübertrefflich den Verheerenden nennt. Vorher aber wollen wir nach dem Brauch der ägyptischen Weisen den Göttern eine Spende darbringen, denn alles Leid darf uns nicht verleiten, die guten Sitten zu verletzen. Möge es nicht so groß werden, dass es uns die Pflichten gegen die Götter vergessen lässt. Bei diesen Worten goss er klares Wasser, nur solches trank er aus der Schale. Opfern wir den ägyptischen und den griechischen Göttern sprach er, besonders dem pötischen Apoll, aber auch Theagenes und Chariklia den Edlen, denn auch sie beide rechnig zu den himmlischen. Dabei vergoss er gleichsam als zweites Opfer Tränen. Als er diese beiden Namen hörte, starrte knimmernd den alten Gruß an und musterte ihn von Kopf bis zu den Füßen. Was sagst du da, rief er, Theagenes und Chariklia sind das etwa tatsächlich deine Kinder? Sie sind mir Kinder geworden, ohne dass eine Mutter sie mir schenkte, eine göttliche Fügung hat sie mir beschert. Sie sind Kinder meines Herzens geworden. Meine Liebe zu ihnen war ganz wie zu leiblichen Kindern und aus gleicher Liebe sahen sie in mir ihren Vater und nannten mich Vater. Sag, woher kennst du sie? Ich kenne sie nicht nur, antwortete Gneemon, ich kann dir auch die freudige Mitteilung machen, dass sie wohl auch sind. Bei Apoll und allen Göttern rief der alte Mann, wo sind sie? Wenn du sie mir wiederbringst, will ich nicht, fragte Gneemon, im Augenblick meine Dankbarkeit, was kluge Leute für eines der schönsten Geschenke ansehen. Ich kenne viele, die solch Geschenk in ihrem Herzen wie einen Schatz hüten. Wenn wir aber in meine Heimat kommen, was nach den Voraussagen der Götter in nicht langer Zeit der Fall sein wird, sollst du so viel Geld haben, wie du willst. Das sind unsichere Versprechungen für die Zukunft, meinte Gneemon. Du kannst mir doch gleich eine Belohnung geben. Verlange, was du siehst, ich will es dir geben und wäre als ein Stück meines eigenen Körpers. So verstümmeln brauchst du dich meinetwegen nicht. Ich bin vollkommen zufrieden, wenn du mir sagst, woher die beiden stammen, wer ihre Eltern sind, wie sie hierher kamen und was für Schicksale sie hatten. Diese Belohnung, die mehr als alle Schätze der Erde wert ist, sollst du erhalten. Erst aber wollen wir uns etwas zu trinken und zu essen nehmen, denn wir werden längere Zeit brauchen, du zum Zuhören, ich zum Erzählen. Sie verzehrten Nüsse und Feigen, frische Datteln und andere Früchte da der Alte niemals ein lebendes Wesen tötete um davon zu essen. Er trank Wasser dazu, Gnemon etwas Wein. Nach einer kleinen Weile sagte Gnemon, wie du weißt Väterchen hat Dionysos Vergnügen an Geschichten und liebt die Komödien. Er ist jetzt in mich gefahren. Er wünscht die versprochene Belohnung und verlangt danach deine Geschichte zu hören. Es ist also Zeit, dass du wie auf die Bühne trittst und mit der Vorstellung beginnst. Also gut, sagte der Alte, nur schade, dass der gute Nausiklis nicht hier ist. So oft hat er mich gedrängt, ihm meine Geschichte anzuvertrauen und immer habe ich mich unter aller Hand vorwenden geweigert. Wo steckt er denn? fragte Gnemon, als er den Namen Nausiklis hörte. Er ist auf die Jagd gegangen, antwortete der Alte. Auf was für eine Jagd? fragte Gnemon. Auf die Jagd nach den gefährlichen Raubtieren, die sich Menschen oder Hirten nennen, aber das Räuber Handwerk betreiben und nur schwer zu fangen sind, weil ihnen die Sümpfe als Unterschlupf und Höhlen dienen. Und was hat er ihnen vorzuwerfen? Sie haben ihm seine griechische Geliebte geraubt, Tispe, nennt er sie. Ihr großen Götter, rief Gnemon, stockte dann aber sofort, als hätte er sich schnell beherrscht. Was hast du? fragte der Alte. Ich frage mich nur, suchte Gnemon abzulenken, wie er diesen Kampf wagen kann und auf wen er sich stützt. Der Stadthalter Orondates regiert im Auftrage des Großkönigs Ägypten. Er hat diesen Bezirk dem Befehl des Mitranes unterstellt. Nausiklis hatte sich schweres Geld kosten lassen, ihn zu einer Strafaktion mit einer stärkeren Truppe von persischen Berittenen und Fußvolk zu veranlassen. Der Verlust des griechischen Mädchens erbittert ihn so sehr nicht allein, weil er sie liebt und sie eine hervorragende Sängerin ist, sondern weil er sie, wie er sagt, dem König von Äthiopien nach griechischer Sitte als Gespielin und Gesellschafterin seiner Gemahlin geben wollte. Weil ihm nun der große Gewinn, den er sich davon versprach, entgangen ist, setzt er alle Hebel in Bewegung. Auch ich habe ihn zu dem Unternehmen ermuntert, weil ich hoffe, dadurch vielleicht meine Kinder wieder zu bekommen. Genug von Räubern, Stadthaltern und Königen unterbrach ihn Gnehmann. Mit der Episode, die du einschobst und die doch gar nicht zur eigentlichen Geschichte gehört, hast du mich fast an den Schluss deiner Erzählung gebracht. Kam also wie versprochen zur Sache. Du bist ja der reine Proteus von Pharos. Wenn du dich auch nicht selbst in Schemen und Truggestalten verwandelst, so versuchst du doch, mich von der Sache abzulenken. Du sollst alles erfahren, sagte der Alte. Zuerst will ich dir kurz mein eigenes Leben schildern, nicht wie du meinst, um mich meiner Zusage zu entziehen, sondern um dir alles geordnet und mit Rücksicht auf den Zusammenhang nach mit zu teilen. Ich stamme aus Memphis und heiße, wie auch mein Vater hieß, Kalasiris. Ich führe jetzt das Leben eines Landstreichers. Früher war es anders. Da war ich noch Orakelpriester, Nach Landessitte nahm ich eine Gattin, die ich aber nach dem Gesetz der Natur verlor. Nachdem sie in die andere Welt eingegangen war, lebte ich eine Zeit lang ohne neuen Kummer dahin und freute mich der beiden Kinder, die sie mir geschenkt hatte. Wenige Jahre später änderte sich durch die unheilvolle Stellung der Sterne mein Schicksal. Der Aspekt des Kronos fiel auf unser Haus und bewirkte den Wechsel, den ich wissenschaftlich vorausberechnet hatte, aber nicht zu verhindern vermochte. Denn man kann wohl die unabänderlichen Bestimmungen des Schicksals voraussehen, ihnen aber nicht entgehen. Immerhin hat das Vorauswissen in solchen Fällen den Vorteil, dass es den Überschwang des Unglücks mindert. Unvorhergesehenes Unheil ist unerträglich, mein Sohn. Vorausgesehenes Leid ist leichter zu fassen. Im ersten Fall nimmt einen das Entsetzen die Vernunft, im anderen gewöhnt man sich dran und behält seine Überlegung. Da geschah mir Folgendes. Eine junge Trazierin, sie hieß Rhodopis und nur Schiriklia übertraf sie an Schönheit, kam nach Ägypten wie und woher weiß ich nicht. Allen Männern, die sie kennenlernten, wurde sie zum Verhängnis. Sie kam also nach Ägypten und hielt mit einer großen Dienerschaft und blendendem Aufwand in Memphis ihren Einzug. Alle Mittel der Verführungskunst standen ihr zu Gebote. Dem Zauber ihrer Augen erlag jeder, der ihre Bekanntschaft machte, widerstandslos. Sie besuchte häufig den Isis-Tempel, in dem ich Orakelpriester war und opferte jedes Mal und brachte für die Göttin kostbare Weihegeschenke. Ich schäme mich, es zu sagen, aber ich muss gestehen, auch mich bezwang sie, als ich sie häufig sah und mit der Enthaltsamkeit, die ich mein Leben lang geübt hatte, war es vorbei. Lange kämpfte meine Willenskraft gegen die Sinne, schließlich war ich überwunden und trug eine leidenschaftliche Liebe in mir. Da ich erkannte, dass dieses Weib den Beginn des kommenden von den Göttern angekündigten Unheils, die trügerische Gestalt meines Verhängnisses darstellte, hinter deren Masken sich der drohende Dämon verbarg, beschloss ich, das Priestergewand, in dem ich aufgewachsen war, nicht zu beschmutzen und wehrte mich dagegen, den heiligen Bezirk des Tempels zu entweinen. Meine Sünde, nicht eine tatsächliche, dafür mögen mich die Götter bewahren, sondern die sündhafte Begierde forderte angemessene Bestrafung. So machte ich mein Gewissen zum Richter und verurteilte mich als Buße für meine Sinnenlust zur Verbannung. Ich unglücklicher verließ also die Heimat, darauf unterwarf ich mich dem Zwang der Mäuren, indem ich alles weitere in ihre Hände legte und mich zugleich der gefährlichen Rhodopis entzog. Denn ich befürchtete, mein Freund, wenn die augenblicklich herrschende Konstellation der Gestirne übermächtig werde, würde ich mich zu schlimmerer Tat hinreißen lassen. Der hauptsächliche und besondere Anlass, der mich forttrieb, waren freilich meine Söhne. Wie mir die geheimnisvolle Erkenntnis, die mir bisweilen die Götter verleihen, voraussagte, würden sie mit dem Schwerte aufeinander losgehen. Um mich einem so schauderhaften Anblick zu entziehen, vor dem wohl sogar die Sonne entsetzt, ihr strahlen antlitzende Wolken füllt, um es dem Vaterauge zu ersparen, zusehen zu müssen, wie die eigenen Söhne sich erschlagen, verbande ich mich selbst aus Heimat und Vaterhaus. Ohne jemand den wahren Grund zu nennen, gab ich vor, ich reiste nach Großtheben, um meinen ältesten Sohn zu besuchen, der sich damals dort bei meinem Großvater mütterlicherseits aufhielt. Er hieß Tiamis, o Gastfreund. Tiamis,